Pflanze nehmen. Ich will nur eine Pflanze nehmen! Ich glaube, ich bin schon wieder meiner Zeit voraus. Das heißt schon wieder, das passiert ja eher selten, ne? Können wir nicht, okay. Aber was wir können ist... ...und gleich mal ein bisschen wohlfühlen. Ach, ist das toll. Hallo, ich bin nur hier für das Wohlfühlerlebnis. Gott, ihr müsst mich entschuldigen, ne? Ich muss das machen. Ey, wir haben jetzt so viel Zeit... ...in diesen Kanalisationsdingern verbracht, dass ich verrückt geworden bin. Ich sag euch, wie es ist. Und man hat schon an mich gedacht... Eine Schaukel! ...einfach eine Schaukel! Oh mein Gott! Ups! 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 Wir können schaukeln! Ich bin eindeutig eine Schaukelkatze. Hier können wir uns jetzt hinlegen und schlafen. Ach komm, das machen wir jetzt auch. Was soll's? Okay, die Kamera führt uns... Oh, ist das süß! Was haben wir uns aber auch verdient nach diesem Zorg-ge-ge-gedudel? Oh, Musik? Was ist das? So Bambusrohr? Oh... 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 Schön... Das freut mich gerade richtig... Oh... Oh... Endlich haben wir einen Platz an der Schaukel. Mit Baumklettereien. Oh, da oben leuchtet was blau. Oh, und da winkt auch was. Okay, da muss ich hin. So, ich hoffe, du hast dich gut ausgeruht, mein kleines Kätzchen. Denn nun... Ups! Gehen wir eine Ebene höher. Oh! Was habe ich alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Es ist mit ihnen allen passiert. Ich wollte die Stadt öffnen. Aber es gibt überhaupt noch jemanden, den ich retten kann. Ah, gute Frage. Vielleicht gibt es das tatsächlich nicht mehr. Die Roboter sind die einzigen, die übrig bleiben. Mit dem Bild von der perfekten Welt im Kopf. Oh mein Gott, das ist da wo... Pinke Katzen! Was ist das? Ah! Ähm... Ja! Hey! Weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es! Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen. Kleiner Außenwäldler! Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenwäldlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine, sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier, für dich. Ich habe die Adresse auf die Rückseite des Bildes geschrieben. Oh mein Gott! Wie schön! Um das Stadtzentrum zu erreichen, kletter unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich wünsche dir, ich würde dir viel Glück wünschen. Aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Oh, wie schön! Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch. Wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt zieh dir jetzt an, was von mir übrig geblieben ist. Ist doch schön! So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen?